Mein Name ist Annette Lenzen von der Firma AL Unternehmensnachfolge, Coaching, Mediation und Ahnenarbeit. Ich begleite und harmonisiere Unternehmensnachfolge und entwickle für Unternehmerfamilien Familienstrategien. Für Sie als Kunden hat das ganz konkret den Vorteil, zum einen bleibt Ihr Unternehmen, aber auch Ihre Familie zu jeder Zeit steuerungs- und handlungsfähig. Das heißt lästige Grabenkriege innerhalb der Familie, die zu Entscheidungsstau führen, bleiben aus. Ihre Unternehmensnachfolge verläuft harmonisch, denn bereits im Vorfeld identifizieren und eliminieren wir das Konfliktpotenzial. Dann halten auch die anschließend geschlossenen Verträge und last but not least Normalerweise gehen 80% aller zunächst erfolgreich scheinenden Unternehmensnachfolgen in den Folgejahren kaputt, aufgrund von ungeklärten emotionalen Konflikten. Sie gehören nicht dazu, Ihre Unternehmensnachfolge ist erfolgreich. Deswegen kommen Sie zu mir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.